Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 364. Video. Heute gebe ich einmal die Lösungen, ne die Lösungsvorschläge zum Video Nummer 363. Bekannt oder stelle ich die vor. Ihr könnt das so annehmen, ihr könnt das auch gerne anders formulieren. Hauptsache ihr beschäftigt euch damit und es macht euch Spaß und ihr lernt was dabei. Also wir hatten erstens, Vostum senatui paroistis, cum paroit e nemo. Damals, als ihm niemand gehorchte, cum paroit e nemo, damals als ihm niemand gehorchte, also als ihm niemals gehorchte, Vostum senatui, da habt ihr dem Senat gehorcht. Zweitens, cum Cäsar in Gallien, wenig der Klassiker, Ibidue Faktiones, heißt das ja, hatte ich letztes Mal so gesagt. Damals, als Cäsar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien, oder als Cäsar nach Gallien kam. So, Konsul lassen. Drittens, alle waren schon da. Omnis Atherant, cum Consul Intravi. Ihr seht, habe ich das ein bisschen verändert, alle waren schon da. Na, da traf der Konsul ein, also ein Nebensatz und ein Hauptsatz jetzt mit zwei Hauptsätzen zu übersetzen. Das muss man sich trauen. Wer das in der Arbeit oder im Test machen möchte, schreibt dann Klammer auf, wörtlich Doppelpunkt dahinter. Das ist immer so ein Trick, damit man dem Korrektor oder der Korrektorin auch anzeigt, dass man das verstanden hat. Dann kann man das etwas freier übersetzen. Ich finde das so mit zwei Hauptsätzen eigentlich schöner. Und viertens, habe ich das, glaube ich, nochmal gemacht. Klar, da habe ich einen Doppelpunkt genommen, weil ich das auch schön fand. Also, viertens, Dies Nundum Decem Intergesseran, Cum Filius Red It. Es waren noch nicht einmal zehn Tage verstrichen, Doppelpunkt. Da kam doch tatsächlich der Sohn schon zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob man nach der neuen Rechtschreiberegelung dieses da auch großschreiben muss. So, wie ihr wollt. Gut, dann sollte man sich merken, das hatte ich ja aufgeschrieben. Achso, Modokum eben als, Nundum-Cum noch nicht als, Jam-Cum schon als und Wix-Cum kaum als. Ja, das war schon alles. Beim nächsten geht es also um das Cum mit Wenn übersetzt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.